Offenbarung Kapitel 2, Vers 9. Offenbarung Kapitel 2, Vers 9. Hier geht es um die Gemeinde in Smyrna, um die Kirche in Smyrna. Ich kenne deine Werke und deine Drangsal. Ich liebe diesen Vers, ich sage euch gleich warum. Ich kenne deine Werke und deine Drangsal und deine Armut, du bist aber reich. Und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und sind es nicht, sondern ein Sündiger des Satans. Ich liebe diesen Vers, weil er so unmissverständlich die Gemeinde in Smyrna, eine Heidengemeinde, den Juden gegenüberstellt. Wir finden hier beides. Wir finden die Leute von Smyrna, Heidenchristen, und dann finden wir die Juden, die in Gottes Augen aber eben keine Juden sind. Deswegen heißt es hier, die sagen, sie seien Juden und sind es nicht, sondern die Synagoge des Satans. Und was sagt Jesus zu der Gemeinde in Smyrna? Ich kenne deine Werke und deinen Drangsal. Die Drangsal ist nur für die Juden. Was? Das ist bescheuert. Ich hoffe, ihr versteht, was ich hier meine. Hier werden eben Heidenchristen und Juden gegenübergestellt, in einem Vers. Was? Und wir sehen, dass die Heidenchristen Drangsal erleiden. Jesus kennt ihre Drangsal, sie haben jetzt schon Drangsal. Vers 10, Offenbarung 2, Vers 10, Fürchte nichts von dem, was du erleiden wirst. Siehe, der Teufel wird etliche von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet. Und ihr werdet Drangsal haben, zehn Tage lang. Aber die Drangsal ist nur für die Juden. Hä? Sei getreu bis in den Tod, so werde ich dir die Krone des Lebens geben. Und weißt du was? Die Drangsal zehn Tage lang, das bezieht sich konkret auf die große Trübsal, auf die große Drangsal. Eine Heidengemeinde, der wird gesagt, ihr werdet Drangsal haben. Das ist nur für die Juden. Ich glaube, ihr habt es verstanden. Offenbarung, Kapitel 6, Vers 8, das ist das vierte Siegel. Und ich sah und siehe ein fahles Pferd, und der darauf saß, dessen Name ist der Tod, und das Totenreich folgte ihm nach. Und ihnen wurde Vollmacht gegeben, über den vierten Teil der Erde, zu töten mit dem Schwert und mit dem Hunger und mit Pest und durch die wilden Tiere der Erde. Ihm wurde Vollmacht gegeben, über den vierten Teil der Erde, zu töten mit dem Schwert und so weiter. Lass mich dir was erklären. Wenn die Trübsal wirklich nur für die Juden wäre, dann müsstest du behaupten, dass die Nation Israel, der Staat Israel, ein Viertel der Erde ausmacht. Weder Christen noch Juden machen ein Viertel der Erde aus. Die Trübsal ist ein weltweites Ereignis. Du müsstest dann behaupten, wenn sich das wirklich nur gegen die Juden richtet, dass Juden den vierten Teil der Erde ausmachen. Zweites Gegenargument. Wir haben das erste widerlegt. Die Trübsal gilt eindeutig der ganzen Welt erstens. Und dann in der großen Drangsal geht es um uns als Christen. Juden sind nicht auch Gottes Auserwältes Volk. Wir haben das widerlegt. Amy Gilin ist ein stcm Athleten. Untertitelung des ZDF,